Grüße miteinander im Quarantäne-Curly. Ich freue mich, Sie und Euch alle wieder begrüßen zu dürfen. Ich habe wieder viel telefoniert und ein Telefonat hat einen Wunsch ergeben. Eine Person hat sich die Gedanken sind frei gewünscht. Viel Spaß beim Mitsingen-Mithören bei diesem Lied. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen von vorbei, in nächtlichen Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was ich beglücke. Doch alles in der Stille und wie es mich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und schließt man mich heim, in finsteren Kirken. Was alles sind rein, vergebliche Werke. Denn meine Gedanken, sie reisen in Schenken und Mauern in zwei. Mit diesem Lied wünsche ich Ihnen und Euch allen gute Gesundheit. Einen schönen Tag und am Freitag melde ich mich mit einem musikalischen Quiz wieder. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Bis dann, alles Gute. Vielen Dank.